Sonst komme ich da mit den Zahler um die Probleme und dann muss ich ihn abzahlen, beziehungsweise muss ich... Sie haben eine Reparaturwerkstatt, der Kieselweg glaube ich jetzt. Ja! Jetzt! Oh Mann! Natürlich fällt das halt auf, ja. Nee, ich mein so, weil ich gehe, wenn ich mal ein Video reinsetze und das Ding fährt... Dann sehen die ihre eigene... Ach, das ist genau so eine Schnapsidee, wie Pille mit seinem Befahren war mit der Kutsche nach Friedland. Ja! 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 Sehr schön! Ja! Ja! Ach das Ding, ja! 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 Meine Idee mit der Spendenbox ist viel besser. Jetzt hat das aber mehr als gut gemacht, den Elfmetern. Mit zwei Leuten hacken sie in eine Reihe. Schönen Gast sich heute. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, angenommen, ich fahre jetzt zur Arbeit, und muss den einen oder anderen noch ins Köppen rausfahren, dann brauche ich ihm eine Beförderung schalten. Vor! Ja! 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 Jetzt aber! Ja! 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 Ich glaube der VIP-Bereich ist die blaue Laguna, aber frage mich nicht hier. Einfach den Pass wieder nicht. Oh, nein! Jetzt noch mal ausspielen und dann ist Ruhe. Da kommen Außenläufer vom Schiff. Ritsch und Falter. Ja!